so hallo leute hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren ausgabe der österreichischen bundesliga fangebens ligaformat nennt sich das ganze rundherum ja top toyjäger derzeit es geht jetzt hier gegen den sv ried zur sache schön gedacht aber jetzt kommt der blauensteiner klärt hier zwar aber kommt nicht mehr sonst dran okay halper raus auf Hatschi oh, Luxbacher Schmidt vorbei ja, schön er kämpft Davies macht es 1 zu 0 0 zu 1 hat es ist Vielen Dank. Ja, das ist nicht sein Mity da vorne. Ja, das ist nicht sein. 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 Hype aus der zweiten Reihe, warum nicht? Asadi, 2 zu 0, haben sich hier Zentimeter für Zentimeter herangetastet an den Strafraum und dann machen sie es. Das war's für mich. Oh, schade. 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 Super, 3 zu 0. Oh, schade. 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 Das war ein Plötsam. Das war ein Plötsam. Das war seine letzte Date heute, hat es einfach nicht geklappt. Das ist sein Verziel. Die anderen Mitglieder haben ja seiner Mannschaft brav auch mitgemacht. Drei davon haben auch getroffen. Das war ein Plötsam. 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 Vielen Dank. Ja, dachte ich mir fast, dass das Absatz war. Jetzt zahlt es sich auch fast nicht mehr aus, aber egal. Ja, fast. So, das war es jetzt aber, ein glatter 3-0-Erfolg, so was freut. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Hier seht ihr es auch, Halper, seine Form wieder bestätigt vom letzten Match. Ich bin der Frank, ihr macht es euch gut. Bis dann, ciao und baba.